Wir haben einen Hits von Thomas Lück mit Andreas Hölf. Auf rein! Allein mal die Arme nach oben, meine Damen und Herren! Es war D.O. Ich dachte, Junge T.O. An ihren Lüften, da konnte ich es singen. Auf Uber wird alles schön. Caramba, 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 Carmelina. Ich kaufe mir ein Schatzes-Coupé. Nein, ich spiele für dich auch Marmelina. Aber rufen auf jeden Fall. Caramba, Caramba, Carmelina. Ich kaufe mir ein Schatzes-Coupé. Siebenmal Morgenbrot, siebenmal Abendbrot. Dann bin ich wieder, ja, bin ich wieder, wieder bei dir. Ich kaufe, 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 kaufe mein Leben gern. Oh, immer, 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 ich kaufe da an. Ich kaufe, 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 kaufe mein Leben gern. Und sonst, und sonst wäre auch an. Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding- Sie wollen Kurschen, ein kleiner Kurschen. Ein Mädchen wie dich, das lässt man nicht weh, da geht man nicht einfach vorüber. Ein Mädchen wie dich, das musst du verstehen, da geht man nicht einfach vorbein, oh nein. Ich schlage Stopp und denk das einen hin, weiter geh ich nur mit dir. Ich schlage Stopp und denk das einen hin, weiter geh ich nur mit dir. Ich schlage Stopp und denk das einen hin, ich gib dir alles da, ich gib dir alles da, ich gib dir alles dafür. Danke, Dankeschön meine Lieben. Ganz zum Schluss möchten wir ein großes Dankeschön sagen, meine Lieben, an alle, die diese Veranstaltung hier möglich gemacht haben. Und ein besonderes Dankeschön geht natürlich an unser super Publikum aus Frankenberg, meine Lieben. Dankeschön! Ja, stimmt nicht. Moment. Ach doch, C stimmt, C stimmt, ja doch, C. Das war Annabelle. Annabelle auch, ja. Und da war auch Conchita Ferreres. Genau, hau rein, das war das Stichwort. Conchita Ferreres, du willst ihn gelangt. Oh, in jeder Disco, da ist die Bekappen. Das Fliegen der Hüften, das geht zu engen, gleich. Hey, Conchita, ich glaub, das geht zu weit. Oh, Annabelle, ich brauche dich, alles andere dünkelt sich. Ho, 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 ho. Du, 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 denkst, nicht und dein Kovador. Was für die Stunde nur wenn ich allein sein? Du, 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 mit einem willsamen Geist. Ich erlebe mich dann dein Kerzer voll. Heute, ja, vor dem Neid soll ja Stimmmalur schreien. So drehen wir uns täglich in Kreise. Heute darf ich mich wollen, morgen bleib ich allein. Einmal ja, einmal nein, muss was sein. Es war im Jahr 1199, ein Bier im schönen deutschen Land. Das war genau in jedem Jahr, als wir der Säger auf dem Jahr den zweiten Stimmbruch stand. Ja, hey! Ticke-Tacke, Hühner-Hacker!